ja moin moin heute mal wieder ein kleiner beitrag von mir heute wieder ein bisschen allgemeiner gehalten aber hat auch wieder was mit multicar zu tun und zwar kleine story vorab der multicar muss hier platz finden in so einer kleinen typischen reinen garage trabi garage sagt man und ja irgendwelche zeche preller haben dann irgendwann mal nicht die stromrechnung bezahlt und dann wurde ich sag mal in diesem komplex hier wie er ja in vielen neuen bundesländer typischen garage komplexen wurde dann immer der strom abgestellt und seitdem war ich halt stromlos und einige kennen ja das problem wird nun ihre multicar sind oder auch ihre traktoren oder sonst irgendwelche maschinen gerade im winter wenn die eine weile stehen zwei drei monate werden sie nicht nutzt und das natürlich für die batterie auf dauer nicht so schön also musste eine idee her mich da ein bisschen im netz inspirieren lassen und habe gedacht naja probieren wir mal mit einer photovoltaikanlage und die wollte ich auf dem weg mal ganz kurz vorstellen und zwar auf dem dach ist so eine 20 watt photovoltaik panel montiert ausrichtung ja so nach süden zeichnet jetzt nicht weil gab es irgendwie keine lust auf dem dach jetzt darauf zu klettern und dann kommt im prinzip der strom an wird hier in diesen ladungs laderegler angeschlossen die ganze sache auch mit sicherung mit sicherung abgesichert natürlich relativ wenig amperenzicherung dass auch wirklich wenn da was ist auch frühzeitig die sicherung kommt und so wird die batterie im prinzip durch den laderegler überwacht wir haben die möglichkeit hier noch mal usb anschluss wir können die handys laden und wir haben auch gleich direkt abnehmer schalter gehen hier im prinzip ruf und habt ihr im prinzip hier einfach spontan licht wenn wir natürlich mehr licht haben wollen oder wenn wir jetzt maschinen bis sich flexen standbau maschine oder was auch immer anschließen wollen habe ich noch ein stromaggregat und damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten aber wenn man jetzt gerade abends mal in der garage kommt man braucht mal kurz licht ist doch eine feine sache angeschlossen dann an der batterie einfach vom multi und so wird die spannung immer konstant hier halten ja also geht ja im prinzip nur um eine erladung eine erhaltungs ladung und dafür reicht so ein 20 watt panel völlig aus ja und nebenbei meine ganzen anderen batterien die ich habe jetzt im winter vom rasenmäher trecker ausgebaut oder auch noch mal eine ersatz batterie die werden angeschlossen und erhalten und ist eine super sache ja wenn die batterien voll sind schaltet die gerät automatisch ab und ist eine super lösung kostenpunkt ungefähr 45 bis 50 euro die ganze geschichte also das panel ungefähr kann man mit 25 euro rechnen diese teile hier die der batterieladungsregler so ungefähr zehn euro ein bisschen klein kram noch kabellage und der kleine sicherungs steckkasten hier und fertig ist der lack ja kabel hike 2,5 quadrat so ein lautsprecherkabel genommen das kriegt man relativ günstig im internet und so funktioniert die sache wie gesagt ich bin sehr zufrieden seitdem ist die batterie immer voll und habe auch im winter überhaupt gar keine probleme weil sind wir ehrlich wir fahren nicht jeden tag mit dem trecker los und auch nicht jeden tag mit multicar dass da immer eine regelmäßige ladung ist und deswegen muss man sich schon irgendwie darüber gedanken machen wie man die batterie immer frisch am leben hält vielleicht auch interessant für irgendwelche leute die motorrad in der garage haben und keinen strom zur verfügung haben sowie ecke ja alles klar dann hoffe ich diese kleine batterieladungserhaltung statement hier hat euch wieder vielleicht ein bisschen weiter geholfen oder hat euch inspiriert ja und wenn es euch gefallen hat daumen nach oben wenn es kritik gibt oder irgendwelche anderen gedanken gänge schreibt das einfach in die kommentare und dann freue ich mich über jeden neuen abonnenten natürlich von meinem kanal und das nächste thema kommt mit sicherheit denn am multicar gibt es natürlich immer irgendwas zu basteln und irgendwas zu bauen und da versuche ich euch ein bisschen teilhaben zu lassen alles klar denn macht süd leute tschüss